Wenn mir jemand erzählt hätte, hätte ich es für eine Lüge gehalten. Wächter, dank euch haben wir wieder einen König. Der Rest war auch beeindruckend, aber der Legion geht es vornehmlich um die Klärung der Herrscherfrage. Jetzt können wir die dunkle Brut wieder ordentlich bekämpfen. Nein, unser Platz ist hier unten. Wenn ihr die Verdärbnis zurücktreiben könnt, werden wir dafür sorgen, dass sie keine Fluchtmöglichkeit mehr hat. Wir sind also indirekt an eurer Seite. Das ist mehr als jeder andere Oberflächler behaupten kann. Nichts für ungut, Wächter, wir respektieren euch, aber unser Platz ist hier. Jeder aus der Legion schuldet seiner Heimat den Tod. Nur so verlassen wir diesen Ort. Möget ihr euer Bestes geben können, Wächter, bis zur Umarmung des Steins. Bis zum nächsten Mal. Über